Und ein herzliches Willkommen zurück bei Pokémon Tekken X auf Nintendo Switch und wie schon angekündigt im letzten Teil spielen wir wieder mit Ja werden wir wieder mit Mewtwo spielen Wir haben jetzt ein paar Mal den Knackler gespielt, ein paar Mal habe ich auch gewonnen, aber auch wieder genügend verloren, sodass die ganzen Punkte wieder weg sind Unfassbar Killer Kitten, Siege 550 aus Kanada mit Schatten Mewtwo Okay Jetzt, wo ich dein Knacklack mehr habe, kommt wieder Schatten Mewtwo dran Gruppe C3, na super Nein 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 oh man immer so weit am knapp alles ich fasse es nicht das reicht einfach nicht für den letzten ein kp Alter Mann Oh Mann, so verliere ich wieder meine ganzen Punkte Es ist echt krass, ey Ich komme einfach nicht weiter Ich weiß nicht, woran es liegt Keine Ahnung Das reicht einfach nicht Nightmare 218 Siege aus Deutschland Ach, hallo Gruppe D1 Dass da noch ein deutscher Online ist Um vier, was, wie viel Uhr haben wir es? Halb fünf gleich Round one Das war's für heute. Das gibt's nicht. Okay. Mann, Mann, Mann. Unfassbar. Wie kann das denn immer so knapp sein? Das wird jetzt mal wieder aufs Neues so knapp. Ah, komm. Ach komm, ich hab doch grad losgelassen. Ach, Mensch. Das gibt's nicht. Neidmeer, spiel's aber gut. Das gibt's nicht. Wie? Nein. ich glaube ich bin schon wieder zu lang ich habe keine ahnung das gibt es nicht ganz ehrlich ich verliere echt blöd irgendwie keine ahnung ich habe keine ahnung warum ich das nicht packe einmal meiner pokémon technik geschichte war ich gleich mal c5 kann aber gut sein dass ich schon zu lang spiele keine internetverbindung wo kommt was ist das jetzt habe ich doch mir doch dann such mal Das war's für heute. So, wen haben wir da? Pocken Basic aus Amerika, 109 Siege und Logok, genau wie Computer im Grad. Logok ist natürlich verdammt schnell, müssen wir mal gucken, ob wir es schaffen. So wie allerdings die letzten Male hier alles abläuft, glaube ich weniger. Bitte was? So, wie geht's? Ich glaube, ich kämpfe zu unüberlegt momentan. So, wie geht's? 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 nein meine fressen ich sehe mich da wieder ein gruppe d2 kann doch einfach nicht wahr sein wie schlecht ein glücks bonus heute stört mich so lange auf neue andere spieler warten musste ein glück Das war's für heute. Okay, wen haben wir da? Es ist Nightmare wieder, jawoll! Sehr schön, Revanche! Das war's für heute. So wird mir Revanche natürlich auch nix hier. Der ist einfach schneller als ich. Diese Attacke ist genauso blöd wie die vom YouTube eigentlich. Mann! Dein Ernst? Das gibt's auch nicht! Ich hab meine ganz normale Combo gemacht, aber hab ich den mit dem letzten Link dann nicht mehr gekriegt? Unfassbar! Ich verraff es nicht! Toll! Jetzt hab ich sogar 60 Punkte weniger als ganz am Anfang vor zwei Stunden, ey! Okay, Leute, das war's wieder mit Pokémon Techniques auf der Nintendo Switch. Leider nur niederlag, ich fass es nicht, aber okay. Ich hoffe, wir sehen uns trotzdem in der übernächsten Folge wieder. Äh, übernächste? Übermorgen! Bis dahin, viel Spaß! Auf Wiedersehen! Tschüss!